Vor Krams wollte ich unbedingt die Musik meines Heimatlandes zeigen, deswegen das nächste Stück vom weltberühmten ungarischen Pianisten und Komponisten Bela Bortog. Seine Kindersuiten ist eine pädagogische, volkstümliche Sammlung von ungarischen und slowakischen Kinderliedern und Volksliedern, ursprünglich für seine Klavierschülern komponiert, aber die sind auch unter den Gitarristen sehr beliebt. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Applaus